Ah, da sind wir schon. Wir haben ein letztes Video mitgekriegt. Wahrscheinlich, ne? Fast weggepinnt. Weil ich heute im Wetter gemerkt, ich werde immer leiser. Und dann sitze ich da und nüttle so ein bisschen vor mir. Wie gesagt, ich habe gestern gemerkt, nachdem es 1 Uhr morgens war, ich die ganze Zeit aufgenommen habe, weil ich bin blöder und ich dann nachher gewundert habe. Also ich habe mich ja gewundert. Und ich voll Idiot, ich sitze hier bis 1 Uhr nachts. Ich habe sowieso schon eine Handkarte. Ich bin bald weggenickt, während ich viel schlafe, während ich gespielt habe. Und da habe ich dann gestern gesehen, habe ich abgebrochen. Das ging echt nicht mehr. Ich dachte, ich kriege es noch durch oder so. Jetzt haben wir ein paar Tage später. Und jetzt können wir mal gucken, was das angeht, was wir heute durchkriegen. Aber, boah, ist das wie gestern? Da hing ja schon. Nur noch. Ich habe mich krampfhaft konzentriert, damit ich bloß nicht so nach vorne nicke. Nee, das geht überhaupt nicht, ey. Im Ernst, das geht überhaupt nicht. Da habe ich echt keinen Heft auf. Naja, aber Mission. Dann wollen wir mal gucken. Weit wir heute kommen, weil nochmal übertreibe ich es nicht so. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, was da eine Aufnahme mal nicht vergessen hatte. Was ich da noch gar nicht abbenennt hatte oder so. Na, geil. Also, okay. Drei zum Stück. Okay. Naja, wollen wir mal sehen. Nicht überspringen mal. Nicht überspringen mal. Wirklich nicht überspringen. Nein, das scheiß. Könnte ich kotzen. Deswegen gehe ich zum kotzen. Nee, weil springen mal der Kack. Hätte ich den Tun gestern zu laut gedreht, aber eigentlich ging es immer noch, ne? Glaube ja. Ich weiß nicht mehr, was ich in dem Leben war, aber ich hatte keinen Nerven. nicht in das schussfeld des scharfschützen es ist ein heli Komm schon! Hier rauf! Bewegung! Warte! Na komm! Exo bereit. Tarnung. Der Heli zieht ab. Wir können los. Wie Sie auf meine Signatur synchronisieren. Seien Feinden hier langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Drohne. Nicht bewegen. Scheiße. Ja. Drohne. Leise. Ich hasse diese Stealth-Scheiße. Weißt du das? Ich brauche ja nicht rennen. Aber ich muss mir wieder hinterher rennen. Ja, das war doch sehr leise. Scheiße. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Hinken. Hier Sentinel-2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Sind auf der Flucht benötigen sofortige Evakuierung. Negativ Sentinel-2-1. Tun Sie sich mit Sentinel-2-3 zusammen. Verstanden. Alter Scheiße. So viel Aktivität. Rechts flackieren. So sie. Also schon ein bisschen sehr nah an den dran, ne? Moment. Lade auf. Okay. Okay. Na okay. Spitze. Na, das ist ja gut. Bequem man an dem vorbeiläufen, ne? Das ist ja schon fast entspannt hier. Das ist ja schon fast ein entspannender Lauf hier eigentlich. Das ist ja schon fast entspannt. Das war nicht viel los hier, ne? Warte, mir jetzt noch ein Druck oder nicht. Also dann nervt ein bisschen. Moment. Tarnung aufladen. Da lang. Fünf Facedies nähert sich. Da kann man sich nicht durchballern. Deckung suchen. Der Level ist jetzt bisher sehr spannend. Sehr spannend. Muss man sagen. Schön. Da halten wir uns mal schön verdeckt. Ich müsste das jetzt nicht so unbedingt haben. weiter. Wir sind fast da. Ja, das heißt das. Immer und dann passiert aber irgendwas. Im Ernst. Im Früstenfall passiert sowieso immer irgendwas. Du hörst sogar die Grillenzirpen. So wenig ist hier los. Weißt du? So wenig ist hier los. Das ist sogar die Zirpengrillen. Und das ist laut. Das ist dann aber immer alles so knapp sein muss, ne? Das nervt aber auch ein bisschen, ehrlich gesagt. Und zeigt mir, ob ich da noch ja schon aufladen. Sonst hätte ich nämlich gleich keine mehr. Wir sind durch. Warum dann weiter? Da sind wir nicht wirklich durch. Dann fang an schief. Wir gehen erst, wenn wir das hier gesehen haben. Ich sehe überhaupt nichts. chemische signatur wir haben was zu verwerben es gibt kein andermal wenn es schief läuft nicht was an die man die ganze begabe wollen wir mal unter den todestrakt habe ich eine wahl ich sehe alle bäume so was ähnliches die bäume gesagt ist dann sind ja ja keine wäume doch ein paar sind hier zwei wachen bei der kamera mit ziel und sicher alles klar und ja erstmal ein bisschen stille verursachen hier aber hier kommen wir ja nicht mit weißt du das dem wasser bis hin mehr fast mal gucken aber nicht mehr und wieder von eine andere Seite ja damit kriegen wir alles klar theoretisch kriegen wir den damit theoretisch kriegen wir okay den habe ich jetzt mal nicht gesehen hier drei spiel ich kann ja meine gar nicht nutzen dass das mit dieser steuerung mit dem land anvisieren und so das ist problematisch das gibt es doch nicht weil deine eigene leute neben gestehen und es reagiert kein mensch drauf es reagiert keine saulau das nur zum kurzen einfach keine reagieren weiß weil halt auch einfach kommt merkt ja noch ein glaschen oder was und dann irgendwie nicht hätte ich auch aufkommen jetzt gucken wir mal mehr legen doch mein wie von ihnen auf sind wir ja nie in der ecke die arschung das gibt es ja gar nicht mein gott ich will los hier richtig was action ich wollte zur seite der controller wollte ich ich war ja dran aber er wollte nicht ja ja hab's gehört meine mutter ist tot schließlich das hat es jetzt nicht so gemacht das hat auch überhaupt nicht so wird das war jetzt nicht so schön einmal gut kommen auch von allen sollten ich weiß es nicht alle haus natürlich drei kilometer als wir jetzt natürlich drei kilometer und sonst ging geschissen weil jetzt wieder alles gepflastert ist mit gegnern und da kommen wir schon da kommen sie schon angeschissen und keiner tut perfekt keiner tut perfekt und da kommen sie hin und her klar das nervt es ist doch tot umgefahren interessant doch ach du scheiße ach du scheiße habe ich den am arsch hier kann doch gar nicht platt jetzt ist die knarre leer der effekt und irgendwo liegt lang über leichen müssen einfach mal haben das natürlich hinterher das natürlich hinterher ich habe Interferenzen von dem Signalkodierer da oben, das machst du mitschen, ein Störer an die Schlüssel, wir geben Deckung. Wo muss ich denn hin, du knacken? Oh, jetzt ist mit dem langsamen Ampliisierung der Essig hier. Kannst du das auch vergessen? Wo muss ich jetzt hin? Ach ja. Dann haben wir hier bleiben können, ne? Ich blöd, man. Ja. Ja, dann sag mir mal, wo die Leiter ist. Wie wahrscheinlich zum Vorbeigerand, ne? Ja, genau. Was sonst? Was sonst? Blöd, Mann. Signal ist da. Das habe ich in einer Minute offen. Es nähern sich Wehrziele. Mitchell, Gideon, gib Lapps Deckung. Da kann ich besser so... Ja, ich renne doch, Mensch. Ich will diese Hektik. Lassen wir erstmal wieder die Gegend vorbei. Ich sehe das ja nichts. Ich habe mich verschachtelt hier, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das sieht doch ganz gut aus. Ich nicht, weil es hier anfängt. Die sind an 600ern ausgebildet. Diese Triebwerke sind neu. Abbruch! Und laut, vor allen Dingen. Laut sind die. Ich räume nur ne halbe Zier. Das ist kein Witz. Ich räume nur ne halbe und später ne halbe. Ja, das ist auch nicht ausgebildet. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Warte. Das ist mir interessiert zu ihr. Keine Sau. Da wird Quatsch hier gehört. Ich habe so das Gefühl, dass wenn eine Ingame-Szene kommt, dass das Rucolera wird. Aber dass das komischerweise besser aussieht. Waffensysteme online. Fahr raus, Mitchell. Au, 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 au. Aber er wechselt, ne? Oh, Mann. Das ist echt ruckelig. Ach, cool. Was klug. Ich muss mal sagen, die Mission geht auch wieder länger. Ich glaube, für eine Mission ist, glaube ich, 20 Minuten angegeben. Zum Standard 20 bis 25. Sind wir ja noch im Rahmen, oder? Da sind wir doch eigentlich noch voll im Rahmen, oder? Oh, wenn das zu viel wird, wird das aber auch sehr ruhig. Schleller kann ich nicht. Das Ding ist nicht auf Geschwindigkeit gebaut, ne? Jetzt kommen sie wieder aus anderen Händen geschlossen. Ich hab's genau gesehen. Und da kommt der Hubschauer. PANZER NEHREN SICH! Buch mal drauf! Panzer ausgeschaltet! Sentinel-2-3, ein Heli ist zu einer neuen Landezone unterwegs. Ankunft in zwei Minuten. Koordinaten folgen. Foxtrot-Whiskey 053910. Warbird, linke Seite. Verstanden. Koordinaten bestätigt. Hochmalfeuer! Warbird ist erledigt. Ja. Hubschauer. Sie halten uns hier ein. Ah, ich hab irgendwas getroffen. Soweit. So gut. Ich bin. Also wir sind ja noch lange die durch hier, ne? Das ist ja immer. Nach rechts! Über den Fluss! Du meinst gerade aus über den Fluss. Panzer kommt! Die Landezone muss gleich immer dieses Kammzeit! Erwischt! Warbird nähert sich! Ähm. Noch mal feuern! Warbird ist erledigt! Na, wie? Ob ich da mit dem Trophy System noch ankomme? Das ist immer so ein Punkt. In dem letzten Stück hapert es bei mir dann immer. Panzer kommt die Straße runter! Miere wohlgemäß! Komm mal drauf! Guter Schuss! Verschluss von links! Da kommt noch mehr Infanterie! Den Hügel hoch! Noch so ein Treffer und dann war's das! Spiel direkt voraus! EMB auf den Moorbird! Schieß auf die Panzer! Ich kann doch nicht alles gleichzeitig drücken! Warbird ist erledigt! Ich drücke wirklich die falsche Taste! Was ist denn da? Das Profisystem ist leer! Boah! Was kommen denn da so viele? Was ist das denn da für ein Scheißdreck? Ey! Ey! Und dann muss ich von da anfangen! Was ist das denn für ein Speichersystem, ey! Im Ernst, was ist das denn für ein System? Jetzt muss ich das alles neu machen? Oh nein! Oh nein, ey! Hab ich... Äh, ne! Okay! Ist doch scheiße! Ganze nochmal machen? Kann man jetzt nicht überspringen, das ist doch scheiße! Genau wie im Training! Was ist im Training? Ich hab so'n Ding nie gesteuert im Training! Fahr raus, Mitchell! Sie sind in Downsphere! Feuer, wenn bereit! Raketen gegen die Infanterie einsetzen! Naja, gib mir um zurück! Verschuss von links! Ich hab schon mal einen mitgekriegt! Ey! Ey! Das ist jetzt schon so ein Arsch! Das ist doch nicht! Ey! 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 Ne! Und wir sind gleich wieder! Durch das Tor! Na ja! Und der Tür! Also die ganze Zeit kommen so 1, 2 Sachen und du denkst und die UpGP bringen! Und dann kommen da auch 50.000 Klamotten gleichzeitiger Scheiße! dann müssen wir das wohl ein bisschen langsamer machen jetzt treffen die auf einmal sofort hockstrott whisky 0 5 3 9 1 0 verstanden koordinaten bestätigt warbird linke seite er sieht also auch nichts ein einzelner die waufliege es ging wie schon so arsch langsamer da kommen sie jetzt in italien werden auf die zugeschlossenen die wir mal ein bisschen vorsichtig vor wollen wir jetzt alle gleichzeitig kommt ich würde es gerne mal jetzt überstehen ich finde es mich jetzt gar nicht scheiße ich muss mich über einen scheiß twigger fahren ich muss mich über einen scheiß twigger fahren also ich finde dass ich mir ganz fies wenn er so viel erst mal gucken da wird es mir auch ein bisschen länger aber ich komme ich bin ja dann habe ich wissen weil wir naja alles aufeinander kommt es ist auch schloss man selbst einzelne kundig fertig macht das totale scheiße da kommt noch mehr infanterie den hügel hoch wo kommt denn da leben verdreht sie ja nichts hier scheiß größe bild und lassen wir mal einen meter fahren hier ist doch voll zum kürzen mal ganz im ernst noch eine sie blocken was denn jetzt die panzer was denn jetzt jetzt wird man wieder alles gleichzeit hier ausgeschaltet noch so ein treffer und dann fahrt das hey glaub ich's denn also bei allerliebe aber wie lange soll ich denn jetzt noch fahren also ganz im ernst wie viel soll ich jetzt noch fahren kann doch hier nicht eine halbe stunde durch die gegengondel weil hier noch eine million leute kommen jetzt ist das mal so kein spaß da habe ich keine ahnung zum panzer den konnte ich jetzt erst abknallen ich stehe gleich sind wir aus 60 meter wir haben ja gerade mal ein paar meter gemacht ja dann lässt mich doch mal manche leute ne manche leute alle da vier alle da bestätigt vier passagiere festhalten scheiße hätten ihn schrotten sollen in die einen schritt voraus gut gemacht sobald das entschlüsselt ist ist atlas geschichte evakuierung abgeschlossen ab nach Hause heißt sie nicht dass dass wir hier fertig sind das heißt nicht dass wir hier fertig sind ja nicht so wenn wir uns mal noch eine verbesserung mitnehmen was nehmen wir denn am besten springen taktik panzerung bräuchte mir zwei schade wenn wir es tatsächlich schnell zielen wäre eigentlich nehmen wir mal 25% so und zunächst bis hierhin sehen wir uns dann wieder jetzt ist es mal feuer und in diesem sinne bis denn dann 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 bis denn dann